So, und wir haben jetzt über 10.000 Credits Reserven. Das bedeutet, dass wir ab jetzt einen Red Alert auslösen können. Ich erkläre mal ganz kurz, was das bedeutet. Einen Red Alert auszulösen, das kann ich nur machen, wenn meine Bedrohungsleiste, also das, was immer hier unten in dieser Ecke ist, voll ist. Also wenn die Anzeige auf drei Mal steht. Dann kann ich einen Red Alert auslösen. Meine Bedrohungsanzeige geht wieder auf null. Dann werden alle Einheiten, die ich gerade habe, auf Veteranenrang befördert. Das heißt, die kriegen alle einen Sternenrang. Und zusätzlich kriege ich die gesamten Credits Reserven, die ich hier angesammelt habe, bis zu maximal 50.000, zu meinen Credits dazugeschrieben. Der einzige Nachteil an der Sache ist, dass dieses ganze Red Alert Gedöns, das deaktiviert die Zeitherausforderung. Und folglich ist das Ganze für die ganzen Vorgabezeiten nicht erlaubt. Also wenn ich einen Red Alert benutze, steht bei mir dann unter Rekordzeit, also unter der geschafften Zeit 99 Minuten und 59 Sekunden. Mehr kann der nicht anzeigen. So, wir machen hier gleich mal mit den Hauptmissionen weiter. Die Dreieckigen hier sind die Nebenmissionen. Da kann ich jetzt noch Zusatztechnologien freischalten. Aber das ist jetzt nur reich der aufgehenden Sonnentechnologie. Die brauche ich jetzt nicht wirklich. Ich spiele sowieso eigentlich die ganze Zeit mit den Alliierten. Und das hier ist eine relativ witzige Mission, wo ich einfach gegen fünf Mosquins gewinnen muss. Also dann... Ihr Stützpunkt hier ist nutzlos. Er ist von meinen Truppen umzingelt worden. Also, wenn Sie versuchen, ihn zu verlassen, sind Sie tot. Und wenn Sie versuchen, sich zu verstecken, sind Sie auch tot. Wie hätten Sie es denn gern? Okay. Das einzig Gute an dieser Mission ist, dass ich relativ viele Rohstoffe hier oben habe. Ich habe drei Erzraffinerien. Ich kann jetzt nicht mehr abwarten, wir müssen besitzen. Prospektor einsatzbereit! Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Wird gebaut. Ausbildung. Bau abgeschlossen. Moment, ne, da ist gleich einer von seinem Spitzpunkt. Hallo? Hallo! Bau abgeschlossen. Allzeit bereit! Wird gebaut. Wird gebaut. Hallo Zentrale! Ich habe die Pflege hier! Ich habe die Pflege hier! Ich habe die Pflege hier! Ich muss eigentlich exportieren, ich muss ich hier allerdings nicht, weil alles, was ich hier zugewinne, brauche, ist Infanterie. Bereit, Sir! Wo ist das Problem? So, was brauche ich jetzt noch? Für der Reihe! Wo ist das Problem? Warturm erobert! Wird gebaut. Peacekeeper bereit! Bereit, Sir! Wo ist das Problem? Warturm erobert! Bereit, Sir! Wo ist das Problem? Feindliche Einheiten entdeckt. Wird gebaut. Ich brauche noch ne Ärzte. Die ist erledigt. Bereit, Sir! Wo ist das Problem? Baume abgeschlossen. Bereit, Sir! Wo ist das Problem? Reparaturmeister? Bereit, Sir! Wo ist das Problem? Feindlicher Stiftpunkt entdeckt. Angriffsmeteil in einem Fall! Baume abgeschlossen. Eine Einheit wird angegriffen. Sichere Gebiet. Bereit, Sir. Wo ist das Problem? Reparatur läuft. Feindliche Einheiten entdeckt. Bereit, Sir. Wo ist das Problem? Blut. Wie erregelt das? Bereit, Sir. Bin auf Empfang. Kampfbereit. Bauabgabe. Kuss sie weg. Bereit, Sir. Wo ist das Problem? Macht sie fertig. Wer ist der Nächste? Eine Einheit wird angegriffen. Bereit, Sir. Wo ist das Problem? Bereit, Sir. Wo ist das Problem? Bereit, Sir. Wo ist das Problem? Feindliche Einheiten entdeckt. Wird gebaut. Bereit, Sir. Wo ist das Problem? Faktische Einheit. Kein Problem. Bereit, Sir. Wo ist das Problem? Kommt doch näher. Auf sie. Umgebung sichern. Einer Rediger. Unser Sturzfrau. Sie weg. Wer ist der Nächste? Auf sie. Bin unterwegs. Bereit, Sir. Wo ist das Problem? Umgebung sicher. Abgeschlossen. Sie geben einfach nicht auf. Bereit, Sir. Wo ist das Problem? Kampfbereit. Bereit, Sir. Wo ist das Problem? Statusbericht. Die ist erledigt. Putz sie weg. Handliche Einheiten entdeckt. So. Ich wechsle, dann habe ich mal wieder an der Seite dahin. Zumindest schon mal mit mir zugebrechen. Du bist erledigt. Unterwegs. Ein Franz wurde besiegt. Umgebung sicher. Javelin einsatzbereit. Bin unterwegs. Kein Problem. Javelin einsatzbereit. Javelin einsatzbereit. Reparaturläufe. Taktischer Einheit. Javelin einsatzbereit. Javelin einsatzbereit. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Bin auf Empfang. Unterwegs. Javelin einsatzbereit. Orange and out. Ja, dann müsste, glaube ich, auch einer von seinen Stützpunkten sein, wenn ich mich nicht trage. Javelin einsatzbereit. So. Javelin einsatzbereit. 10-4-Town. Wir erigern das. Direkt erigern das. Javelin einsatzbereit. Wird erledigt. Säuntlicher Stützpunkt entdeckt. Javelin einsatzbereit. Eine Einheit wird angegriffen. Javelin einsatzbereit. Kampfbereit. Unterwegs. Javelin einsatzbereit. Javelin einsatzbereit. Javelin einsatzbereit. Javelin einsatzbereit. Unser Stützpunkt hat angegriffen. Javelin einsatzbereit. Wir sind noch etwas Policy Quelques. Javelin einsatzbereit. Javelin einsatzbereit. Javelin einsatzbereit. Ich habe einen Moment. Javelin einsatzbereit. Wir sind einsatzbereit. Wer ist der Nächste? Wir sind einsatzbereit. Wir sind einsatzbereit. Wir sind einsatzbereit. Kontakt. Auf Sie, den Viercher. Und verliere Sie. Kontakt. Ihre Behebung. Wir sind einsatzbereit. Wir sind einsatzbereit. Der Satz ist auch weg. Manche gehen nur noch die restlichen drei. Das ist zumindest nur noch in dieser Seite. Die Verteidigung. Wir haben jetzt nur gerade keine Peacekeeper da oben. Deswegen kann die Leute weiter vorstoßen. Und ohne Peacekeeper drauf. Gegen die jenerischen Standorten. Bereit zuerst das Problem. Statusbericht verstanden. Bereit zuerst das Problem. Peacekeeper bereit. Der Weislauf ist auf europaiserausse. Statuswellig. Eingehört unterwegs. Der Weislauf ist auf europaiserausse. Der Weislauf ist auf europaiserausse. Das war ja jetzt schon. Der Reitschölle, wo ist das Problem? Der Reitschölle, wo ist das Problem? Kampfbereit, wir kommen weg, wo ist das Problem? Der Reitschölle, wo ist das Problem? Der ist erledigt. Der Reitschölle, wo ist das Problem? Der Reitschölle, wo ist das Problem? Jetzt haben wir das Test der Truppe zu wollen. Der Reitschölle, wir regeln das. Der Reitschölle, wo ist das Problem? Der Reitschölle, wo ist das Problem? Verstanden. Hey Mann, der gehört mir! Der Reitschölle, wo ist das Problem? Für den Frieden. Fanglos aus 9 Uhr. Der Reitschölle, wo ist das Problem? Ich krieg das hin! Gehen wir! Zeit offen! Alle mal hersehen! Wir müssen in so einer Reaktion müssen vorher jetzt ein bisschen aufpassen, weil die Wiener mit dem Luft, die man würde oder die gesamte Empathie haben, kaputt zu spüren. Die werden auch messen. Du bist erledigt! Sichere Gebiete! Umgebung sicher! Kontakt! Reaktion oder besiegt! Peacekeeper, bereit für Transport! Unterweiter, wo ist das Problem? Mit auf dem Fall! Eine Einflacht hat angegriffen! Unterweiter, wo ist das Problem? Blut! Blut! Ich bin ein Einflacht. Ich bin ein Einflacht. Unterwegs! Ich bin ein Einflacht. Germanen Einsatzbereit! Die ist erledigt! Ihre Befehle? Tango ist auf 9 Uhr! Germanen Einsatzbereit! Germanen! Und los! Germanen Einsatzbereit! Ich krieg euch alle! Germanen Einsatzbereit! Germanen Einsatzbereit! Germanen Einsatzbereit! Sie sind nach 우리가 oberen! Germanen Einsatzbereit! Germanen Einsatzbereit! We boot it! Germanen-M sûr! Germanen-Müse? Germanen-Müse? Germanen thiessen? Germanen-Müse? Einheit verloren. Javelin einsatzbereit. Okay. Javelin. Javelin einsatzbereit. Javelin einsatzbereit. Javelin einsatzbereit. Wir sind unterwegs. Javelin einsatzbereit. Nichts ob es denn ein bisschen was sehen würde, wo hier... Kannst ja an wie es vorbei sind... Javelin einsatzbereit. Wird noch am Fall schon vergeladen worden? Ja. Javelin einsatzbereit. Oh, das wird schon ganz bereit. Gehen wir einfach nicht auf. Javelin einsatzbereit. Bereit. Der gehört mir. Javelin einsatzbereit. Gehen wir einfach nicht auf! Umgebung sicher Hey Mann Gehe in Position Ich bin bereit für Transport Bin auf MV Ich bin bereit Ich bin bereit Ich bin bereit Die letzten gehen nicht so leicht auf Ich bin bereit Ich habe meine Truppen absichtlich geopfert Während sie sie in der Mangel hatten Habe ich ihre simple Taktik analysiert Sollten wir uns mal wiedersehen Kommen sie mir nicht davor Das hier ist mal wieder ein wunderschönes Beispiel Dass man eigentlich keine großartigen Technologien braucht Um einen Krieg zu gewinnen Mal wieder 11 Sekunden über der Vorgabezeit Schade, aber gut Dafür haben wir jetzt den Tesla Trooper von den Sowjets bekommen Sie standen Bis zum nächsten Mal.